Bhagavad Gita, Vers 2.47 Du hast das Recht, deine vorgeschriebene Pflicht zu erfüllen, doch die Früchte deiner Handlung stehen dir nicht zu. Halte dich niemals für die Ursache der Ergebnisse, die deinen Aktivitäten entspringen, noch trachte danach, deine Pflicht nicht zu erfüllen. Erklärung In diesem Vers werden drei Dinge behandelt. Vorgeschriebene Pflichten, launenhafte Arbeit und Untätigkeit. Unter vorgeschriebenen Pflichten versteht man Aktivitäten, die ausgeführt werden müssen, solange man sich unter dem Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur befindet. Unter launenhafter Arbeit versteht man Handlungen, die ohne Einwilligung einer Autorität ausgeführt werden, und Untätigkeit bedeutet, seine vorgeschriebenen Pflichten nicht zu erfüllen. Der Herr gab Arjuna den Rat, nicht untätig zu sein, sondern seine vorgeschriebenen Pflichten zu erfüllen, ohne am Ergebnis zu haften. Wer an der Frucht seiner Arbeit haftet, ist damit auch die Ursache der Handlung und muss daher das Ergebnis genießen oder erleiden. Es gibt drei alten vorgeschriebene Pflichten. Routinemäßige Arbeit, Arbeit, die im Notfall ausgeführt werden muss, und begehrte Aktivitäten. Routinemäßige Arbeit, die den Anordnungen der Schriften entspricht, wird ohne Verlangen nach Ergebnissen ausgeführt. Obligatorische Arbeit befindet sich in der Erscheinungsweise der Reinheit, weil man zu ihrer Ausführung genötigt ist. Arbeit, um die Früchte willen, wird zur Ursache für weitere Verstrickungen in der materiellen Welt. Deshalb ist diese Arbeit nicht vorteilhaft. Jeder hat das Recht, seine vorgeschriebenen Pflichten zu erfüllen, doch er sollte handeln, ohne am Ergebnis zu haften. Solche uneigennützigen, obligatorischen Pflichten führen den Ausführenden ohne Zweifel auf den Pfad der Befreiung. Krishna gab Arjuna deshalb den Rat, aus reiner Pflichterfüllung zu kämpfen und nicht am Ergebnis zu haften. Würde er an der Schlacht nicht teilnehmen, wäre dies eine andere Art der Anhaftung. Ein solches Anhaften führt niemals auf den Pfad der Befreiung. Jedes Anhaften, ob positiv oder negativ, ist die Ursache für Bindung an die materielle Welt. Untätigkeit ist sündhaft. Daher war Kämpfen aus reiner Pflichterfüllung für Arjuna der einzige Weg zur Befreiung.